Moin Leute, hier ist Tim und in meinen neuen Grafikkarten-Benchmarks fehlte ja zum Beispiel noch eine RTX 4080. Das habe ich jetzt nachgeholt. Diejenigen, die mir auf Twitter oder Instagram folgen, haben es schon angeteasert bekommen. Ich habe eine RTX 4080 getestet und zwar die Pellet Jetstream, eines der günstigsten Modelle auf dem Markt. Ich hatte ja damals die Pellet GameRock schon mal bei mir im Test und heute wollen wir uns anschauen, ob das Einstiegsmodell von Pellet die Jetstream ebenso überzeugen kann. Wenn du ebenfalls Vorab-Infos haben möchtest oder andere Einblicke in meine Arbeit auf YouTube, dann folg mir gerne auf Instagram oder Twitter bzw. X. Und ansonsten findest du einen Geizhalts-Link zu dieser getesteten Grafikkarte in der Videobeschreibung. Da kannst du auch direkt nachschauen, zu welchem Preis es die gerade gibt. Die Grafikkarten sind ja leider wieder etwas teurer geworden. Das wird dann auch nachher natürlich im Preis-Leistungs-Ranking noch eine Rolle spielen. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns gleich erstmal die Grafikkarte im Detail an. Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Pellet Jetstream RTX 4080, obwohl es ein Einstiegsmodell ist, eigentlich ziemlich interessant. Und das liegt am Design, denn die Grafikkarte ist durchweg sehr dunkel bzw. schwarz gehalten und verzichtet komplett auf irgendwelchen Schnickschnack, auf irgendwelche Farben und auch auf eine RGB-Beleuchtung. Das heißt, die Grafikkarte könnte für all diejenigen sehr interessant sein, die gerne so komplett schwarze Builds ohne irgendwelche Beleuchtung bauen. Und da ist es dann natürlich auch eine günstige Wahl bzw. derzeit die günstigste 4080 auf dem Markt. Und die Kühlleistung dürfte eigentlich trotzdem ganz gut sein, denn der Kühler ist insgesamt dennoch sehr groß, auch wenn es ein Einstiegsmodell ist. Die Grafikkarte wird zwar nur an zwei PCI-Blenden befestigt, aber der gesamte Kühlkörper, die gesamte Verkleidung nutzt trotzdem volle drei Slots. Also lasst euch da nicht vom Design oder von der Befestigungsweise täuschen. Das ist eine volle Drei-Slot-Grafikkarte, die wir hier haben. Das bietet natürlich viel Raum für gute Kühlung bzw. für den Kühlkörper und für die Lüfter. Bei den Lüftern handelt es sich um drei 100 mm Axiallüfter. Die brauchen auch erstmal Platz auf so einer Grafikkarte und dementsprechend ist das ganze Ding wirklich sehr groß und schwer. Insgesamt macht es trotzdem einen soliden Eindruck. Jetzt nicht einen mega hochwertigen Eindruck wie Top-Modelle von Herstellern oder auch wie eine GameRock, die halt nochmal deutlich mehr Design-Elemente hat. Aber ich finde das Design dadurch, dass es sehr schlicht ist und wirklich alles schwarz, trotzdem sehr ansprechend und wie gesagt eigentlich ganz interessant für all diejenigen, die sich ein schwarzem Bild ohne RGB-Beleuchtung oder ohne Beleuchtung überhaupt zusammenstellen möchten. Die Grafikkarte verzichtet dann auch auf irgendwelche weiteren Features. Es gibt zum Beispiel auch keinen BIOS-Switch bzw. Dual BIOS. Wir haben keine weiteren Einstellmöglichkeiten oder Anschlüsse an der Grafikkarte bis auf den PC-Express 5 Stromanschluss, der dann mit einem Adapter auf zwei PC-Express 8-Pin mitgeliefert wird, sodass man damit die Grafikkarte mit Strom versorgen kann. Für Monitore stehen dann typischerweise ein HDMI 2.1a-Anschluss zur Verfügung und drei Displayport 1.4a-Anschlüsse. Das soll es erstmal vorab so allgemein zur Grafikkarte gewesen sein. Wir schauen uns jetzt einmal kurz die Benchmarks an, wie sich die Grafikkarte jetzt hier bei mir im neuen Test einordnet, wollen aber sehr schnell auch zur Kühlperformance übergehen, denn eine 4080 habe ich insgesamt schon getestet und die Performance einer 4080 ist allgemein eigentlich bekannt. Wenn euch da bestimmte Benchmarks interessieren, dann pausiert sonst einfach das Video und schaut euch das im Detail einmal an. Insgesamt im Mittel über alle Spiele hinweg reiht sich die Pellet Jetstream RTX 4080 so zwischen einer RX 7900 XT und 7900 XTX ein. In manchen Spielen kann eine 4080 eine 7900 XTX auch schlagen. Andererseits kann es auch passieren, dass in dem einen oder anderen Spiel eine 4080 hinter eine 7900 XT zurückfällt. Das kommt immer mal ein bisschen aufs Spiel an. Insgesamt im Performance Rating, wenn man dann aber alle Ergebnisse mittelt, liegt die Grafikkarte relativ mittig dazwischen. In 4K vielleicht eher bei der 7900 XT in der Nähe, in Full HD aber ziemlich dicht an der 7900 XTX. Im Nvidia-Line-Up ordnet sich die Grafikkarte auch ziemlich genau mittig zwischen der 4070 Ti und RTX 4090 ein mit leichter Tendenz zur RTX 4090 und das ist auch das, was man so von der 4080 im Allgemeinen erwarten würde. Die Pellet Jetstream ist auch nicht übertaktet, nutzt den Standard-Takt, der von Nvidia vorgegeben ist. Also hier gibt es auch keinen Performance-Boost, irgendwie noch eine Übertaktung mit dazu. Man sieht aber schon, an was für Gamer sich eine 4080 eigentlich richtet. Denn mit allem über 1440p ist die Grafikkarte eigentlich unterfordert. Denn im Durchschnitt kommen wir selbst in 1440p auf fast 140 FPS im Durchschnitt in höchsten Grafikeinstellungen. Und in 4K immerhin auf knapp 90 FPS. Niedrigere Auflösungen, für niedrigere Auflösungen lohnt sich so eine leistungsstarke Grafikkarte einfach nicht. Über alle Auflösungen gemittelt fällt dann nochmal der etwas niedrige 1% Low-FPS-Wert auf. Das haben wir auch schon bei der 4090 hier bei mir im Test gesehen. Und auch bei der 4070 Ti zum Beispiel, dass die 1% Low-FPS nicht so gut dastehen wie bei den AMD-Grafikkarten. Obwohl in den durchschnittlichen FPS die 4080 ja eigentlich relativ gut performt. Beaktiviert im Raytracing kann sich Nvidia natürlich dann deutlich von AMD absetzen. Das sehen wir hier in allen vier Spielen, die ich hier bei mir im Line-Up habe. Im Performance-Rating gemittelt liegt die 4080 dann erwartungsgemäß auf dem zweiten Platz und kann sich auch deutlich von der RX 7900 XTX absetzen. In Full-HD kommt man trotz Raytracing immerhin noch auf 120 FPS im Durchschnitt. In 1440p aber in höchsten Grafikeinstellungen auch immer noch auf gut spielbare 80 bis 90 FPS. Lediglich in 4K muss man dann in dem einen oder anderen Spiel auf jeden Fall die Grafikeinstellung dann schon mal etwas anpassen. Gemittelt über alle Auflösungen dann das ähnliche Bild. Die 7900 XTX wird deutlich hinter sich gelassen. Hier sieht es aber auch bei den 1% Low-FPS dann ein bisschen besser aus auf Seiten von Nvidia. Der Vollständigkeit halber auch nochmal drei DLSS Benchmarks. Ich möchte hier aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen. In Cyberpunk 2077 haben wir DLSS 3 mit der Frame Generation. Da schneiden die Nvidia-Grafikkarten natürlich besonders gut ab. Aber wir sehen insgesamt natürlich, dass mit der Aktivierung von DLSS ein ordentlicher Performance-Boost möglich ist. Bei wirklich kaum merkbaren Qualitätsverlusten bei der Bildqualität. Also wenn DLSS zur Verfügung steht, vor allem dann natürlich in der 3.0 Version oder in 3.0 und aufwärts, dann kann man auf jeden Fall mit sehr großen FPS-Steigerungen rechnen. Wir wollen uns jetzt aber lieber im Detail mal anschauen, wie denn der Kühler der Pellet Jetstream performt. Denn das ist eigentlich hier das Interessanteste. Wie eine 4080 so insgesamt in Benchmarks abschneidet, wissen wir. Aber wie ist die Lautstärke der Grafikkarte und wie verhält es sich mit den Temperaturen? Unter Gaminglast erreicht die Pellet Jetstream RTX 4080 eine Lautstärke von 9 dB über dem Ambient-Noise-Pegel. Das ist auf jeden Fall hörbar, noch nicht störend laut, aber trotz des großen Kühlkörpers hätte ich mir hier eigentlich ein bisschen besseres Ergebnis erhofft. Denn andere Grafikkarten, auch in der Größe und mit einem ähnlichen Stromverbrauch, zum Beispiel die PowerColor Hellhound RX 7900 XTX, schaffen es auch bei ungefähr 5 dB über dem Ambient-Noise-Pegel zu bleiben, was bei mir immer so die Grenze zwischen nicht hörbar und hörbar ist. Da liegt die Pellet Jetstream dann tatsächlich deutlich drüber. Die Pellet GameRock lag damals bei 7,5 dB über dem Ambient-Noise-Pegel, also etwas besser, aber auch nicht viel besser. Das passt dann natürlich auch so ins Verhältnis, muss man sagen. Man hätte jetzt eigentlich nicht erwarten können, dass die Pellet Jetstream hier besser performt, als das qualitativ höher angesiedelte Modell von Pellet. Also das passt insgesamt so schon ins Bild. Immerhin kann sich die Temperatur aber sehen lassen unter Gaming-Last, denn die liegt bei maximal 67 Grad. Da hat man noch ordentlich Luft nach oben für eine manuelle Lüfterkurve und auch die GPU-Hotspot-Temperatur war mit 77 Grad erfreulich gering. Also man wird die Grafikkarte auf jeden Fall in einen nicht hörbaren Modus bekommen, wenn man zulässt, dass die Grafikkarte vielleicht so auf 75 Grad ansteigen darf bei der Temperatur. Aber so die große Offenbarung, was das Kühldesign angeht, ist es jetzt nicht. Es ist ein durchschnittliches Ergebnis, wo man jetzt nicht groß meckern kann, aber es ist natürlich noch ein ganzes Stück davon entfernt, dass man jetzt sagen könnte, das ist hier ein Kühler, der best in class ist und wo man bei einer günstigen Grafikkarte gleichzeitig jetzt auch noch ein richtig gutes Kühldesign bekommt. Die Lüfter drehen mit einer Drehzahl von 1500 RPM dann hier bei mir im Test. Das passt auch dann ungefähr zu der gemessenen Lautstärke und der Stromverbau bzw. die Leistungsaufnahme des gesamten Testsystems unter Gaming-Last lag dann bei 432 Watt. Und das führt dann zu einer sehr guten Effizienz von 3,2 Watt pro FPS. Das ist der beste Wert hier bei mir im neuen Test. Das ist aber auch wenig überraschend, denn die aktuelle Nvidia-Generation ist das Effizienteste, was man bekommt auf dem Markt. Die sind auch noch ein bisschen effizienter als die Konkurrenz von AMD, die RX 7000er Grafikkarten. Also an der Stelle kann man auf jeden Fall nicht meckern. Abschließend wollen wir uns aber noch das Preis-Leistungs-Verhältnis angucken, um dann ein Gesamtfazit zu der Grafikkarte treffen zu können. Schauen wir da einmal drauf. Da sieht man schon, die 4080 hat es halt weiterhin schwer aufgrund des hohen Preises. Der ist jetzt in letzter Zeit auch sogar nochmal angestiegen. Man hat 4080 vor einigen Wochen auch noch für 1100 Euro zum Beispiel bekommen. Jetzt sind wir hier bei der Pellet Jetstream als günstigstes Modell auf dem Markt schon bei knapp 1200 Euro. Und das führt dann natürlich zu einem relativ schwachen Preis-Leistungs-Verhältnis von knapp 8,8 Euro pro FPS. Ihr müsst euch vor den letzten zwei Stellen bei den gelben Balken ein Komma denken, da ich die Werte einmal mit 100 multipliziert habe. Ich sage mal, Grafikkarten mit einem wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis, die liegen bei vielleicht so 5,5 Euro pro FPS maximal. Da würde noch die RX 7800 XT zum Beispiel gerade so mit reinfallen. Und durchschnittlich sind wir dann so bei 6 bis maximal vielleicht noch 7 Euro pro FPS. Und da liegen wir halt deutlich drüber. Konkurrenzmodelle hier von AMD haben ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 7900 XT und XTX liegen beide so bei ungefähr 6,8 Euro pro FPS. Also die stehen vom Preis-Leistungs-Verhältnis noch deutlich besser da. Dann kommen wir aber zu Nvidas Parade-Disziplin, nämlich Raytracing. Wie sieht denn das Preis-Leistungs-Verhältnis aus, wenn wir uns nur die Raytracing-Benchmarks anschauen? Und da muss ich sagen, leider nicht viel besser. Auch da belegt die Grafikkarte den vorletzten Platz. Da hätte ich jetzt nicht unbedingt mit gerechnet. Ich dachte, da könnte sich die 1480 zumindest vor die 7900 XT und 7900 XTX schieben. Das war vor ein, zwei Monaten auch noch so. Aber dadurch, dass die AMD-Grafikkarten nicht im Preis gestiegen sind bisher, die 1480 aber schon, liegt die jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis selbst im Raytracing-Vergleich hinter der Konkurrenz von AMD. Das heißt, eine 7900 XTX beispielsweise für knapp 1.000 Euro ist etwa 200 Euro günstiger, performt im Durchschnitt in Nicht-Raytracing-Spielen oder Benchmarks mindestens genauso gut beziehungsweise sogar im Schnitt noch etwas besser als eine RTX 4080. Und in Raytracing-Benchmarks ist die Grafikkarte zwar etwas schlechter, wiegt das aber mit dem günstigeren Preis auf und selbst da haben wir dann ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Also als Fazit insgesamt muss ich sagen, eine RTX 4080 ist im Moment eigentlich kaum zu empfehlen, rein objektiv, denn selbst bei aktiviertem Raytracing bekommt man im Moment mit einer RX 7900 XTX oder 7900 XT das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis und ohne Raytracing steht eine RTX 4080 noch schlechter da. Wenn es trotzdem eine RTX 4080 sein soll, wie sieht es da mit diesem Custom-Modell aus, mit der Pellet Jetstream? Die Kühlleistung ist in Ordnung, das kann sich sehen lassen, ist jetzt nicht best in class, aber auch nicht schlecht, also da dürfen die meisten Gamer mit zufrieden sein. Und das Design finde ich eigentlich ziemlich ansprechend, dadurch, dass Pellet diesmal den Weg gegangen ist und sich gesagt hat, wir geben unserem günstigsten Modell wenigstens ein richtig schlichtes, komplett schwarzes Design, denn damit ist die Grafikkarte zumindest für Gamer, die ein Nicht-LGB-Bild haben möchten, ziemlich interessant und da kann man dann tatsächlich ein paar Euro sparen und braucht sich nicht irgendwie ein anderes, gut designtes, dunkles Modell holen, wo man dann zum Beispiel die RGB-Beleuchtung deaktiviert. Du findest nochmal einen Guide-Sites-Link zu der getesteten Grafikkarte in der Videobeschreibung, da kannst du dir auch nochmal den aktuellen Bestpreis der Grafikkarte anschauen. Wenn du noch irgendwelche weiteren Fragen oder Anmerkungen zu diesem Test hast, dann schreib es gerne in die Kommentare und schau sonst auch gerne mal bei Twitter beziehungsweise X oder Instagram bei mir vorbei, wenn dich noch mehr Infos zu meinem Kanal interessieren. Ansonsten findest du hier jetzt noch ein weiteres Video von mir, was YouTube dir vorschlägt und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein!